Leute, wir sind zurück in der Aufnahme. Bei der ganzen Aufregung. Oma schaut uns immer noch an. Aber ich will mich gar nicht bewegen eigentlich. Ich weiß nicht, irgendwie das Spiel hat sich jetzt glaube ich aufgehängt. Aber auf jeden Fall steht Oma vor uns. Könnte uns die ganze Zeit schnappen, aber bleibt da stehen. Anscheinend kommt die nicht in Räume rein. Auf jeden Fall hat die Aufnahme da gestoppt jetzt bei uns. Es tut mir leid. Aber es war ja auch ein bisschen Gruselfaktor hier mitten bei Oma. Wir könnten sterben und dann stoppt die Aufnahme. Ein super Cut eigentlich, gell? Aber ich will, dass Oma jetzt wieder verschwindet. Ich kann nicht die ganze Zeit hier stehen bleiben und mit euch reden. Also ich rede gerne mit euch, keine Frage. Aber warum kann ich mich eigentlich nicht bewegen? Aber Schubladen gehen auf. Also aufgehängt hat sich das Spiel nicht. Aber trotzdem kann ich mich nicht bewegen. Was soll die Kacke jetzt hier? Hallo? Geh weg. Geh wieder raus. Hallo? Ja. Hallo? I would like to move. Now. Sofort. Instantly. Das tut mir jetzt leid, Leute. Aber anscheinend hat sich hier das Spiel ein wenig aufgehängt. Ich kann... Deswegen hat uns Oma auch nicht verfolgt, habe ich so die Vermutung. Ja, und dann mache ich mal jetzt hier kurz Pause. You are leaving already? Naja, ja. Das hat sich jetzt hier völlig hier so... Und load game. Jetzt sind wir natürlich wieder in unserem Büro, aber haben keine Batterie verloren. Das ist schon mal sehr gut. Los. Ja, genau. Ich bin in meinem Büro. Batterien sind gespeichert. Zwei Stück haben wir bereits. In Roberts Büro habe ich noch gar nicht geguckt. Ich würde sagen, da schaue ich jetzt als erstes mal nach. Und da liegt auch gleich eine... Ach ja. Das ist die dritte Batterie. Von Duracell. Pick the battery used. Ich würde sagen, wenn wir jetzt schon in Roberts Büro stehen, ich weiß, dass ich jetzt voll dumm so mit mega Sicherheitsspielding... Aber ich würde sagen, dass wenn wir jetzt die dritte Batterie haben, nicht immer weh, weil ich weiterlaufen will. Me, Echelon, dann speichern wir mal ganz kurz. Bad lock in. Hä? Loser name me. Echelon. Und save. Danke. Exit. Und weiter geht's. So, jetzt haben wir schon mal drei Batterien. Es ist mir auch wieder egal, ob Oma uns schnappt eigentlich. Aber es ist mir nicht egal, weil ich sonst... Nämlich die Befürchtung habe, dass die Batterien woanders liegen. Da müssen wir die ganzen Scheißstränge, die wir jetzt schon durchsucht haben, nochmal durchsuchen. Habe ich so das Gefühl? Ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. Ey, Oma. Lass mich in Frieden. Ich will nicht mit ihr reden. Ich weiß, dass ihr... Und ich will mich auch nicht verstecken, weil hier ist gar keiner... Oh, mein Gott. Hier, komm. Ja, komm, ich geh jetzt ans Telefon. I see you. Oh, wie toll. Ja, ja, tut, tut. Schön. Wunderschön. Ja, ganz ehrlich, ich geh jetzt hier raus. Ich such jetzt hier in meinem Büro weiter eine Batterie. Wenn hier keine ist, dann geh ich raus und such die nächste. Außer, Oma erwischt mich, weil das wäre echt mies. Ich bin ja auch so ein... Ah, Drucker hat... Hallo, netter... Ach Gott, ich bin gerade von dem Schrank erschrocken. Mein Jesus. Hallo, Oma? Nein. Oma? Oma? Nein. Oma? Hallo? Auch nicht. Oma? Die ist gar nicht da, oder? Doch, da ist sie. Hallo. Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir so? Wie geht's... Na, wie geht's dir so? Also im Altersheim ist ja jetzt manchmal nicht so toll. Bingo-Abend ist vorbei. Ach, ach, die... Ja, ich hab doch gesagt, die muss pünktlich zu ihrem Bingo-Abend kommen. Deswegen, die musste jetzt ganz schnell verschwinden. So, ich schau jetzt einfach nur vor... Ja, eigentlich, das kann ja nicht da drin sein, weil da haben wir doch schon gesucht. So, in der Toilette glaube ich jetzt immer nicht das eine ist. Naja, ich schaue trotzdem nach, ist ja kein großes Ding. Möleimer, nein. Toilettenguli, nein. Toilette 1, nein. 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 Die ist jetzt wieder abgeschlossen, jetzt ist Oma wieder aufs Klo gegangen, deswegen ist die weg, die muss doch mal scheißen. Kein Wunder. Ja, ich hoffe, die lässt sich ein bisschen Zeit, ich muss noch die vierte Batterie finden, bevor die wiederkommt. So. Nö, da war es natürlich ein bisschen falsch. Weil das wohl... Ist schön. Schön, schön. Schön, schön, komm. Danke. Das ist wieder offen. Mein Gott. Oma, wo bist du? Jetzt da war es im Papierkorb. Nein. Ja, jetzt scheinen die Batterien doch an anderem Platz zu sein, das hier ist die letzte Möglichkeit, wo eine Batterie drin sein könnte, ansonsten müssen wir die Sachen, wo wir schon geguckt haben, nochmal gucken. Na, da kommt Freude auf, Leute, da kommt Freude auf. Da habe ich noch nicht drin geguckt, aber da wird es wahrscheinlich auch nicht so... Jetzt muss ich das Ganze noch machen, ne, Leute, jetzt ich habe euch keine Lust mehr. Ich will aber nicht mehr in die Küche, weil ich weiß, dass ich da wieder hängenbleiben kann. Komm, mach nochmal die Tür auf, mach nochmal alle Türen auf, bitte. Da ist nix, das würde man durchsehen wahrscheinlich. Also ich schaue es doch nicht hier das Einzelne durch. Also da war nix in der Küche. Geh zu, du blöde Tür, ich will die raus. Ey, jetzt ist Oma wieder in... Und jetzt ist sie da, jetzt ist sie da, jetzt ist sie da, jetzt ist sie da, ich glaube, jetzt hat sie mich, Leute, jetzt hat sie mich. Game over, man, game over, man. Game over, man. Nein. Nein, jetzt bin ich doch mal gestorben, man, der blöden Lust. Ja. Super. Ein Glück, dass wir gespeichert haben bei der dritte Batterie. Und jetzt ist die wieder woanders, die vierte. Diese vierte Batterie zu finden. Bei mir schaue ich jetzt gleich mal, ob da was ist. Ja, ich muss beim nächsten Mal entweder vorsichtiger spielen oder einfach... Ich wollte die Tür zu machen, aber ich habe vergessen, dass es in der Küche keine Tür gibt. Deswegen hat Oma mich dann hier erwischt. Unglücklich. Dumm. Aber ich kann es nicht mehr so... Ist der Tizistin. Ich habe die doch gespeichert. Ich habe doch die Batterie hier gespeichert, die da in der Topfpflanze drin war. In der letzten Aufnahme. Ah, das war die vierte. Jetzt war die nochmal genau... Ach, das... Ja, ich muss sagen, es hat es jetzt also doch ganz gut gebracht. Weiß nicht. Hm. Und Oma ist wieder in der Hood. Na dann, mach mal Tür zu. Jetzt, mach Tür zu. Mach Tür zu! Und jetzt... Nein, ich gehe jetzt nicht ans Telefon. Ich gehe jetzt hier an den PC und versuche mal Michelangelo oder... Robert ist natürlich sein User nehmen. Ne. Robert! Robert! Jetzt, ne, was, äh, me? Ne. Michelangelo. Hey, komm! Was ist denn da? Das Login, Leute? Wenn irgendjemand das Spiel auch schon gespielt hat und das Login weiß von dem... Omi? Ne. Von diesem PC oder das Passwort oder beides, dann kann er es mir sagen, dann mache ich nochmal ein Remake von diesem Let's Play und dann schauen wir mal, was auf dem Computer so zu finden ist. Auf jeden Fall mache ich jetzt hier mal... feige unter den Tisch, mich zu verkriechen. Und würde sagen, dann mache ich da jetzt mal einen kurzen Break. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Aufnahme und ich hoffe, dass Oma dann verschwinden könnte.